Die Atom-Messuhr mit Stoßschutz bietet ein komfortables, stoßgeschütztes Messwerk. Die Abhebehülse dient als zusätzlicher Staubschutz. Eine konzentrische Anzeige zeigt die vollen Millimeter an. Die Messspanne beträgt 10 Millimeter. Der hochwertige Messeinsatz mit Keramikkugel unterbindet elektrische Leitung und ermöglicht geringste Verschleißwerte. Der hochwertige Messeinsatz mit Keramikkugel unterbindet lediglich an. Die Messspanne beträgt 100 Millimeter. Der hochwertige Messeinsatz mit Keramikkugel unterbolten elektrische Anzeige. Der hochwertige Messeinsatz mit Keramikkugel unterbindet elektrische Anzeige.